Ich möchte den Franzosen einen deutschen Gegenstand vorstellen, der in Frankreich völlig unbekannt zu sein scheint. Den Schieber. Er besteht aus einem Griff, der im rechten Winkel an eine abgerundete Klinge montiert ist. Die Franzosen fragen sich nun sicher, wozu man ihn benutzt. Stemmt der Zahnarzt damit Münder auf? Ist es ein Spielzeugrasierer? Oder ein Kratzer, um das Gefrierfach von Eis zu befreien? Aber nein. In Deutschland bekommen die Kinder einen Schieber geschenkt, sobald sie lernen, alleine zu essen. So können sie das Essen mit spielerischer Leichtigkeit auf eine Gabel oder auf einen Löffel schieben. Denn der Schieber passt sich perfekt den beiden Bewegungen an, die ein Kind in diesem Alter beherrscht. Eine Faust machen und den Ellbogen biegen. So. Deshalb wird der Schieber normalerweise zusammen mit einem sogenannten Schräglöffel angeboten, der den Schieber wunderbar ergänzt. Das Kind ergreift ihn ganz einfach mit der Faust und braucht das Handgelenk nicht zu drehen, um zu essen. Mir wurde klar, dass es diese Dinge in Frankreich nicht gibt, als ich einen Schieber für meinen Sohn kaufen wollte. Blauäugig verlangte ich im Eisenwarenladen nach einem Pousseur. Sie wissen schon, das Lernbesteck, mit dem die Kinder das Essen schieben. Hm. Der verblüffte Verkäufer hatte davon noch nie etwas gehört. Weil er aber ein aufmerksamer Verkäufer war und mir helfen wollte, schlug er mir vor, ein Buttermesser zu kaufen, das dieselben Eigenschaften habe wie der Schieber. Einen Stiel mit einer abgerundeten Klinge. Tja, das Problem ist nur, dass sie beim Schieber einen rechten Winkel formen und beim Buttermesser nicht. Wie lernen nun aber die französischen Kinder essen? Mit normalem kleinen Plastikbesteck, habe ich mir sagen lassen. Das arte allerdings oft in solche Katastrophen aus, dass der Erwachsene das Kind schließlich doch füttere, damit nicht alles daneben geht. Meiner Meinung nach nicht unbedingt der beste Weg, ein Kind zur Autonomie zu erziehen. Aber gut. Ich habe Schieber und Schräglöffel schließlich in Deutschland gekauft. Und sogar ein paar zusätzliche Sets mitgebracht, um sie französischen Freunden zu schenken. Dabei war ich ehrlich gesagt ein wenig stolz auf den Erfindungsreichtum meiner Landsleute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017